Und damit schon herzlich willkommen zu einer nicht-asynchronen Aufnahme-Session. Ja Leute, sowas gibt es noch bei mir. Höchste Qualität, das bietet kein anderer YouTuber für euch. Ich habe das Aufnahmeprogramm gewechselt. Alter, dieser DX-Storybug ist so verkacknervig, ganz ehrlich. Ich spüre, dass Meister Windu und Meister Fisto in Gefahr sind. Na sowas aber auch. Ich spüre es auch. Das ist Beeilung. Schnell. Das wird interessant. Oh. Vergiss nicht, die Stärke eines Jedi fließt aus der Macht zu ihm. Ja, ganz ruhig, mein Lieber. Aua. So nicht. Ach fuck, das war zu spät. Na geht doch. Das war falsch. Ach mann. Ja, so weit komme ich nicht. Kann ich hier lang gehen? Ja. Nee, nee, wir schaffen das schon. Mal entdeckt. Ein Jedi, der in Verbindung mit der Macht steht, hat immer eine Waffe. Da hat er nicht, wollte ich auch gerade sagen. Obwohl ich mich mit meinem Lichtschwert in der Hand noch besser fühlen würde. Ja. Ich auch. Das wird dir viel mehr wehtun als mir. Egal, gehen wir einfach mal weiter. Das war falsch. Jetzt geht das Tor hier zu. Ich spüre, dass wir in Gefahr schwimmen. Mit diesen Droiden kommen wir zurecht. Der Jedi halten bietet die Macht. Sich öffnen ein Jedi muss, um sie zu nutzen. So, irgendwie. Ja, wir schaffen das schon, Leute. Keine Angst. Der ist weg. Ah. Ey. So, komm, du dummer Superkampf-Droide. Okay, da geht's weiter. Boah, also mit Lichtschwert in der Hand fühle ich mich aber auch besser, muss ich sagen. Also, ich bin ja Meister Kenobi. Lol. Okay, der wurde mal wieder teleportiert. Wir müssen auf das gefasst. Na, das sehen wir ja, wie der uns hat. Ich glaube, wir sind bald tot. Ah. Und der noch. Ist doch gar nicht so schwer. Wir sind in der Überzahl. Äh, ja. Denken die echt, dass denen was bringt, dass die Überzahl sind? Aber gesehen, davon sind die eigentlich immer in der Überzahl. Das war belebend. Auch, der sagt auch immer das gleiche, der Meister Plo. Nicht schon wieder. Der ist schon mal weg. Ja, der Meister Plo macht da ja alleine nichts. Also müssen wir hier praktisch alles alleine machen. Wir müssen weiter. Ausgezeichnete Form, Meister Kenobi. So sollten wir schneller in die Kommunikationszentrale kommen. Wunderbar. Ich habe nie verstanden, was Erneken am Fliegen findet. Können wir dann einfach drauf springen, oder? Ja. Ach, ja. Achtung. Ich spüre, dass unsere jähigen Färben in Gefahr sind. Dann müssen wir uns beeilen. Weiter vorrücken. Weiter vorrücken wäre es gut. Weil ist das hier eigentlich, dass es so ein Aufzug schacht? Lol. Das hat nicht geklappt gerade. Verdammt. Ich glaube, sie haben uns bemerkt. Nee. Ich glaube, die sind alle ein bisschen kaputt hier, die Aufzüge. Vorsicht, Meister Kenobi. Warum?